Happy Birthday Ibrahim Sulaiman, Happy Birthday Dimik Mik, Happy Birthday Rani Mubul, Happy Birthday Shamar Brand Fischalji, Happy Birthday Kuma Gulzan, Happy Birthday Imran Hasan, Happy Birthday Samer Ahmad, Happy Birthday Rana Vakwas, Happy Birthday Lal Shant, Happy Birthday Shabir Alam, Happy Birthday MD Sayem Khan, Happy Birthday Aman Klautori, Happy Birthday Karan Tjulani. So und ich spiele mal wieder Free Fire BR Ranking und schauen, ob ich zu dem vierten Stern jetzt ran komme. Viel Spaß. Okay und los geht es. Ich bin jetzt Nummer 1 gerankt. Battle Royale. Battle in Style. Dann wollen wir mal schauen. Wir gehen nach Sid Ray. Zip Ray. Willkommen. Oh, so gleich runter. Egal. Entschuldigung, falschen Knopf gedrückt. So. So. Bisschen weit weg geflogen. Egal. Oh, ein schönes Gewehr. Oh, ein schönes Gewehr. Zwei Scharfschützengewehre. Das ist schlecht. Deine Ganzen. Bist. 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 um ich bin wieder als erster geringt ich hoffe es wird jetzt besser ich möchte gerne mal da in den tunnel hinein schauen was da ist da war ich noch nie drin wenn man rein rein gucken was da ist dann habe ich mal jetzt hier lang und andere seite zurück dass hier doch noch was drin da Hm. Ist da noch so ein Zwischengang? Okay. Hier geht es noch nach oben. Ich hoffe, jetzt werde ich gewinnen, weil ich habe meinen dritten Stern wieder verloren. Scharfschützengewehr, aber kein gutes Zielfernrohr. Das ist doof. Ich glaube, es gibt einen kleinen Geri-Gritz und viele rebornen Geri-Gritz. G36 verbesser Aber wassund? Maschinengewehr, achso, das ist ein Maschinengewehr, kein Scharfschützengewehr. Das ist ein Maschinengewehr, das ist ein Maschinengewehr. 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 Das war's für heute. Okay, jetzt habe ich 6 Gold für den Schlüssel, aber... Soll ich den Schlüssel holen? 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 Einfach um die Mauer herumlaufen. Gleich kommt er in die Kiste runtergeflogen. Da ist sie. Ich glaube das war der Granatwerfer, der macht zwar richtig viel Schaden, aber in Schafflüge gibt es auch ein Schafschützegewehr, wenn man trifft. Läuft einmal. Rampage! 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 schaffst du bist